Zu den fleißigen Museumslokomotiven gehört die Darmstädter 23042. Seit ihrer Wiederinbetriebnahme steht sie pausenlos im Einsatz. Hier ist sie zwischen Kaiserslautern und Kusel unterwegs. Der markante Auspuffschlag ist typisch für die Baureihe 23, die zu den modernsten Dampfloks überhaupt zählt. Die Geschichte beginnt im Dezember 1950 bei Henschel in Kassel. 23001 wird ausgeliefert. Die leichte 1C1-Personenzuglock soll schnell und Personenzüge ziehen. Bei der Konstruktion kommen völlig neue Baugrundsätze zum Tragen. Neben vielen anderen Neuerungen sind zum einen der geschweißte Blechrahmen und zum anderen der ebenfalls geschweißte Verbrennungskammerkessel zu nennen. Die neuen Lokomotiven entstehen bei Henschel, Jung, Krupp und bei der Maschinenfabrik in Esslingen. Ein DB-Film berichtet. Dann setzt sich der fertige Kessel auf den Rahmen der Lokomotive. Von allen Seiten trägt der Kran die Bauteile heran. 9 Jahre lang wird die Baureihe 23 gebaut. Zum Schluss sind es 105 Maschinen. Während der langen Produktionszeit gibt es viele Änderungen. So werden beispielsweise ab 2353 Rollenlager eingebaut und die Konstrukteure mussten feststellen, dass ihre neuen Baugrundsätze nicht immer Bewährtes ersetzen konnten. 100 Tonnen Stahl bewegen sich spielend und elegant. Die neuen Lokomotiven bewähren sich im Personenzug und im leichten Güterzugdienst. Die große Zeit der Baureihe 23 ist bereits Ende der 60er Jahre vorbei. 1970 sind nur noch rund 90 Lokomotiven in Betrieb. Verteilt auf die Betriebswerke Saarbrücken Hauptbahnhof, Kreilsheim und Kaiserslautern. Fast ungestört von der modernen Traktion versehen sie dort ihren Dienst. Mittlerweile als Baureihe 023 EDV bezeichnet, wird Kreilsheim zum Auslauf-BW. Im Herbst 1975 wird dann der aktive Dienst beendet. Erstaunlich viele bleiben erhalten. Zunächst im Museum wie 23019 im DDM in Neuenmarkt-Würsberg. Die bekannteste aber ist 23105. Die letzte von der DB in Dienst gestellte Neubau-Dampflok. Als Museumslok bleibt sie erhalten und wird beim Brand im Nürnberg-Gostenhof schwer beschädigt. Erinnern wir uns an bessere Zeiten. Von 1985 bis 2001 war 23105 sogar betriebsfähig. Hier auf Nostalgiefahrt im Maintal. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Aber auch viele ihrer Schwestern sind noch unterwegs. Zur Eurovapor gehört 23058. Heute ist die Maschine auf Leichtölfeuerung umgebaut und fährt unter der Flagge der niederländischen Stichting Stormtrain Friesland. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ebenfalls in den Niederlanden ist 23023 unterwegs. Sie gehört der SSN in Rotterdam. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 23071 und 23076 sind ebenfalls betriebsfähig. Auch sie sind in den Niederlanden, bei der VSM in Beetbergen. Zurück nach Deutschland in den Führerstand von 23042. Museumslok des Eisenbahnmuseums Darmstadt-Kranichstein. Die 1975 ausgemusterte Maschine ist seit 2005 wieder in Betrieb. Seitdem erinnert sie eindrucksvoll an die große Zeit der Baureihe 23. Auf den Ganzen für funk, 2017